Ich gucke, das ist Delta Nordpol, India 410, das ist ein eingetragener Verein, das ist hier. Ich habe gesagt, ja, das ist ein eingetragen, das ist unser Problem, hätte ich bald gesagt, unser Club. Delta Nordpol, India 410, den müssen wir unter Doberan finden zu den Cluben. Okay, Delta November, India 410, habe ich mit der Notiert-Dieter. Ja, wie gesagt, das Rufzeichen ist ein eingetragener Verein, das wirst du niemals woanders wiederkriegen, doppelt Rufzeichen werden nicht vergeben. Gut, darf ich auch bitte noch um einen Rapport von meiner Station, würde ich dich bitten, wie du mich hören kannst, Dieter. Das ist ein eingetragener Verein, das geht mal auf und runter, das ist ein eingetragener Verein. Ja, prima, gell, weil eine Nachbarstation von mir meint immer, diese Modulation hier sei nicht so toll. Mit dem Ask Harding meint die sei so ziemlich schrill und scheppernd und blechernd. Nein, das ist, weil ihr zu dann nicht zusammensitzt, dadurch kommt das, dass es für die Ferne ist, das sehr gut schritten. Die DGX, das weiß ich nicht immer, das habe ich das meinte hier auch, wenn ich hier Ostkurs umführe, dann muss ich ganz weit zurückziehen. Wenn ich weiter stecken habe, dann, wie gesagt, kann ich hier auch gehen. Tja, ja, Wahnsinn, gell, aber wie gesagt, ich bin ja noch mit einem alten Funkfreund hier zugange, mit der Station Müsli, mit dem Flo aus Ulm. Und ich weiß nicht, ob du den hörst, gell, aber er kann ja mal einen Durchgang bringen, wenn er will. Das habt ihr doppelt gesprochen. Dieter, sei mal kurz still und hör mal rein, ob du den Müsli, den Flo aus Ulm hörst. Hast du was mitbekommen? Ja, ein Wort, dass einer da war, bei mir nicht, da war nicht, der Zeiger hat ein bisschen geprüft, aber es war nicht lesbar. Es war nicht lesbar, Flo, und der Zeiger hat nur viel zu.